Es geht gar nicht darum, dass ich sage, Video ist der heilige Gral, aber Fakt ist, und da gibt es schon einen TED-Talk von vor, ich glaube, zehn Jahren von Salman Kahn, der hat da den TED-Talk genannt, lasst uns die Bildung neu denken auf der Basis von einem Video. So, das heißt, du hast hier jetzt sowas wie so ein Werkzeug, wie du früher ein Buch hattest, daher kommt ja Vorlesung. Vorlesung kommt ja, jemand liest was vor, wenn man 100, 200 Jahre zurückgeht, wo geht ihr hin, um irgendwie Wissen zu haben? Entweder Bibliothek, da müsst ihr selber stundenlang suchen, oder da vorne sitzt einer und gibt euch Wissen weiter und liest vor.